Elene und ich sind im Landesgymnasium für Musik in Dresden und das ist eine Spezialschule praktisch für Musik. Es war sehr schön, heute hier zu sein und mit jungen Menschen über ihre Zukunft zu sprechen, also was kommt. Natürlich haben die jungen Leute das Gefühl, wir könnten ihnen so eine Art Seil bieten auf die Seite, auf der wir uns befinden. Gleichzeitig haben wir auch das Gefühl, dass wir lernen können von den jungen Leuten, wie ist denn eigentlich die jetzige Situation für junge Musiker. Without doubt, it's sort of the beginning of the end. So you have to embrace them and you have to face them when they come. It's absolutely normal. Und wir haben tatsächlich das Gefühl gehabt, man muss sich über die Zukunft keine Sorgen machen. Es gibt hungrige junge Menschen, die Musik machen wollen, die Kunst machen wollen und die brennen für die Sache. im Moment für ihn mehr in den Windrädu cellscalled Sharon. Wirpiej geben es umuminished Bund. Und wir können sich über die decorsten mit Binnen und Binnen und Binnen und Binnen. Aber es gibt uns dein사를 einem mitgendein Motiv notificationioskontakt. leben e aus 하려�andel besonder Saab? Wir leuke Inträde.